Und zu einer weiteren Folge Let's play Minecraft Ja, wieder mit dem Zack natürlich Ja, hi, hi, hi Leute Ja, die letzte Naja, das wird ja Ihr wisst, naja, ihr wundert euch Wahrscheinlich 5, 6 Das ist weil Ich hab die letzte Folge so schön und gut Versucht, so hier mal wieder La, 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 aufnehmen Und dann so plötzlich hat die Hat er nicht aufgenommen Irgendwie hab ich die falsche Taste gedrückt Weil bei mir ist die Aufnahmetaste F7 Und ich hab anstatt dessen F6 oder F8 Oder was weiß ich gedrückt Und dann hab ich blöderweise nicht aufgenommen Und ja, es kam sehr lange kein Video Was weiß ich, zwei Wochen oder eine Woche Nur eine Woche Ein oder zwei, was weiß ich Kommt mir so lange vor Und ja, dann geht Ja, und es hat auch einen Grund Weil ich einen neuen Spieler Battlefield 3 Ja, und ich hab in der Ich will mal Shift drücken Ich bin so an die Battlefield 3 Dings gewöhnt Zum, äh, unten drauf Das hier ist Beam 1 davon Das Beamen Er, Zoom Das ist bei mir zumindest Oh Strg ist bei mir Beamen Hä, bei mir nicht? Okay, bei mir irgendwie nicht Ja Ich hatte mir nur was gesagt Ja Ich wollte dir nur mal kurz was sagen Ja, ihr seht Wir haben hier Eisenbahn Und so ein bisschen Zeug Schnee und so Ja, ich war in der Mine Die letzte Folge war auch nicht sehr, sehr gut Weil wir haben eh nur Rohstoffe gesammelt Ja, ich bin durch die Da hinten so, ne Und so eine kleine Mine Die war aber nicht groß Ja Hat auch nicht sehr viel Inhalt Und, warte Ich mach mal wieder auf einfach Das mach ich immer Schönes Meer hier eigentlich, ne? Ja, eigentlich Ja, ich hab jetzt keine Ahnung Was ich in der Folge mache Ich hab ewig nicht mehr in der Welt gespielt Also, mit ewig meine ich Ewig, ewig Ah, die Schneebälle Wie wär's, wenn wir langsam mal ein bisschen kleines Projekt Anbauen anfangen Noch nicht, jetzt hab noch keine Lust dazu Hat jemand irgendeine Ahnung, was wir bauen könnten? Ja, wenn, dann Ah, nee Na, egal Falls uns niemand irgendwas sagt Bauen wir einfach Ich weiß, wir verbinden Wir verbinden Bäume Da haben wir ne Baumwelt sozusagen Genau Ja, oder? Schalt ihr davon? Oh yeah Falls es überhaupt jemand guckt Ja, hoffentlich Es wär mal richtig cool Wenn uns überhaupt mal jemand verfolgt Also, die ganze Folge anguckt, oder? Ja, jetzt verfolgen uns ein paar von unseren Schulfreunden Aber, äh, restliche machen das wahrscheinlich nicht Hoffentlich Ja, und ich leider wahrscheinlich Die meisten haben jetzt abgebrochen zu gucken, weil sie denken, es geht nicht mehr weiter Aber es war nur so, aber es war nur so, immer so, oh, wenn ich, wenn ich dann mal an den Computer gehe, dann ich so, oh nee, ich will Battlefield spielen und, ja Und wir wollen nochmal Battlefield auch nehmen, oder? Ja Ja, ich dann Ja, ich dann immer so, oh nee, lieber Battlefield und, ja, und mein Freund hat auch nicht immer Zeit und, ja Alleine macht's dir nicht so einen Spaß, aber ich find's langweilig, wenn du in den Folgen immer nur Holz sammelt Ja, stimmt, was sollte ich jetzt mal machen? Du sollst mal was bauen, verdammt nochmal Hm, vielleicht erweitere ich ein bisschen unser Haus, weil unser Haus sieht immer noch so aus wie so ein Wie so ein kleiner Kackhaus Ja, wie so ein hingeklatschte Scheiße Stimmt, und jetzt war mal so ein richtig schönes, breites Haus mit ein bisschen Stil, verstehst du? Na, vielleicht baue ich das eher so übereinander, weil da haben wir nicht so Ich meine nämlich, so in den Anfängen sind wir jetzt auch nicht mehr, ne? Na doch, und wie, wir haben gerade mal unser erstes Metall und das ist wirklich nicht voll viel Mhm, 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 hauptsache Eigentlich hatte ich die Idee, ne superflach Weltlandschaft bei mir aufzunehmen, ok? Bei mir Ja Was heißt er davon? Zwei Minecraft-Lasplice in einem? Keine Ahnung Er kann, vielleicht so ein kleines Gameplay von ner superflach Welt könnten wir mal versuchen, also so Wir hatten's schon aufgenommen, war alles palettig, bis ich Er herausgestellt hat, dass der Turm nicht mit aufgenommen wurde Doch, 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 bei mir, bei mir hat alles funktioniert Bis Miklau sich dummerweise mit dem Lava-Eimer beim Laufen, er hat auf den Boden gehauen, dann ist die Lava ausgestiegen und er hat sich selbst verbrannt Wie dumm Ja Ja SimCity haben wir auch, ne? SimCity Ja, kennt ihr SimCity, wer ist das? Vier oder Fünf? Das war so, Fünf Fünf? Ja Ich dachte, du hättest vier Hab ich auch Du hast dir das neue gekauft? Ja, das alte Was kostet denn das neue? 36 Euro Boah, teuer Und vier hat früher auch ganz schön viel gekostet, jetzt kostet, es hat mich nur vier Euro gekostet Vier Euro SimCity 4 Ja Ebay Oder Nee, Origini Origini, Original, da gekauft? Ja Oh, ich auch, mein Battlefield war aber teuer Habts nicht so lange erst eine Woche, das wäre nie zwei Meter dran und es hat, es hat... Wir nehmen gleich auch mal irgendwann nehmen wir noch Battlefield Multiplayer auf, ganz sicher fast tot Ja, und es ist aber auch teuer, das hat 20 Euro gekostet, obwohl es eigentlich von 2010 ist Ich glaube Äpfel sind hier ehrlich nicht selten Über Battlefield Betten, ich kann die beantworten Und weiß nicht, wir können ja eh im Internet nachgucken Oh, stell mir mal ne Frage über Battlefield Er kennt sich überhaupt nicht mit Ego Shootern aus Was kriegt man als drittes beim Pionier? Äh, hab ich noch nicht freigeschaltet Buh! Ne, hab ich noch nicht Oh, there is some code Ah doch, doch, ich weiß es aber trotzdem, man kriegt so ne... Ach, es ist nicht... Nicht Stinger So nen neuen Raketenwerfer A, T, was weiß ich Vielleicht schockt ihr ja auch Battlefields Battlefields, einer meiner Lieblingsspieler Und ich hatte es so ewig nicht, ich hab's mir gekauft Hol mal die Cole, Cole Das hat ewig nicht funktioniert und bläh und bruh und tupu und tja Aber ich mag gar nicht viel Also wenn es dann mal richtig funktioniert, ist es auf jeden Fall cool Das ist echt gut an Kohle Eine Kohle draußen, das ist im Berg gleich Ja, Kohle ist immer so ne richtige Kohleader Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Ewig, vielleicht hört man jetzt so draußen irgendwie so ein... Boah, das... Draußen wird so von meiner Tür so verrückt Bau, bau, bau Auf jeden Fall Aber bei Minecraft Na ja, wie soll ich das denn so... Ich würd nicht... Ah, toll, da hinten ist mein Haus Nicht fies ausdrücken, aber es macht mir nicht ganz so viel Spaß Wie wenn... Wenn ich jetzt so Crysis... Ich mein... Na ja, wahrscheinlich liegt's daran Gameplays machen mir deutlich mehr Spaß als Let's Plays Weil... Bei Let's Plays musst du mal ne zweite Folge Weil das wird so erwartet halt Du willst doch eh noch Crysis spielen Noch mehr Ja, Crysis macht schon Spaß Ah, Battlefield würde ich auch mal so... Wie Pizmi Na, okay War jetzt ein schlecht... Ne, ne, Schleichwerbung war es nicht direkt Weil es gibt... Man kann sogar sagen, ich liebe Kohle und finde sie super, kauft sie Das ist immer noch keine Schleichwerbung Schleichwerbung wird's erst ab... Was weiß ich, wenn man... Übrigens, ich würd was essen Du hast Äpfel dabei Hol mal ein paar Äpfel Ah, ich weiß nicht, wann ist das Schleichwerbung? Wir können... Vielleicht bist du hier Bitte bitte So viele wie das hier gucken, glaub ich nicht, dass das so schlimm ist, wenn du irgendwelche Werbung machst Ja Gerade mal 19 Klicks hat unser... Und die erste Folge hat immer noch am meisten, ne? Ja, ich versteh gar nicht, obwohl die erste gar kein Intro hat Intro... Ah, ich schenke... Jetzt ist der 30.10.2000... Okay, 2013 ist klar Äh, ich schätze, das wird nicht heute noch... Vielleicht wird's sogar heute noch schaffen Weil man muss immer das Intro mit Minus Movie Maker davor machen und so Und auch noch mit... Ah, mein Freund macht das... Wahrscheinlich wird das Thumbnail immer etwas später erscheinen Das richtig Gute, wo noch die Zahl draufsteht Weil mein Freund das immer erst später irgendwie bei seinem Paint schaffte, dass ich schaff's irgendwie nicht Ich zeig dir mal, wie's geht eigentlich, ne? Oh, ja... Ja, kann ich irgendwann mal Ich mach's mit dir von mir aus Das war's... Ja, da, 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 da... Oh, Mann Also, falls ihr sich irgendjemand fragt, was Thumbnail ist... Diese... Ihr seht doch immer so eine Art Cover, könnte man nennen, wenn man so vor... Nein, ihr seht ja immer, wenn ihr dieses... Zum Beispiel dieses Video anklickt, steht ja... Ist ja vorne nicht das... Und so ein... Ausschnitt aus dem Video, sondern da steht so groß Minecraft und... Und eine Zahl drunter Ja, und das ist es halt Und das ist ein Thumbnail Ja... Bin ich klug oder bin ich klug? Ja, Duckdor Und da musst du das Haus mal wirklich ein bisschen... Da hab ich doch gerade vor... Holy Shit ausbauen Holy... Wie lange schon? Keine Ahnung, ich gucke... Ich guck mal ganz kurz auf den Timer... Ah, toll Na, na, na... Toll Nooooll Hast du ihn gar nicht angemacht? Doch, schon Das dauert bis... Sofort Ähm... Ich mach's jetzt mit meiner Hand, während ich... Abbaue Oh, wir nehmen schon 10 Minuten auf Okay, ich würd sagen noch... 5... Oh ne, ich mach mal... Sag ich mach jetzt mal 20... Weil... Das soll so ein Special sein, weil ich mein... Ich jetzt schon... Ich hab diesmal mal... Wie soll ich das sagen... Ich hab... Weil ich... Weil so lange keine Folge gekommen ist, kann ich auch mal länger machen auf jeden Fall... So... 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 Das könnte... Oh... Wir sollen langsam mal wieder cry... Ach... Ich will was anderes... Oder was... Let's play... Ich hab auch mal vor, Tutorials zu machen... Vielleicht kennt ihr... Herren Tutorial... Kennt ihr? Superstar... Ne... Er hat immerhin 500.000 Abonnenten... Ich kenn den gar nicht so gut... Ah... Das mach ich nur gegen Zombies... Das ist immer ganz praktisch... Kleiner Tipp von mir... Weil... Außer ihr habt nicht die neue Version... Nein... Bei den neuen... Da ist es immer so, dass die... Zombies jetzt schon Türen ausbrechen können... Was mir auch sowas... Äh... Bei den alten auch schon... Ja... Aber das ist noch nicht so lange... Es geht nicht... Ja... Stimmt... Ich hab zum Beispiel schon die Version, wo die Türen ausbrechen können... Erfachst du? 1.3... Ne... Zumindest weiß ich noch, dass sie... Äh... Es gibt schon die Eier... Also diese Eier da... Ja klar... Das ist... Das ist keine Besonderheit... Äh... Äh... 1.2.5... Ne... 1.2... Ja... 1.2.5... Und was sagst du? 1.6.2... Immer die Neueste... Na... Vielleicht ist es 1.6.2... Gar nicht mehr sagt... Du hast es dir gekauft... Ne... Ja... 19 Euro ist nicht so teuer... Also... Ich find's okay... Vor allen Dingen... Was ist das... Ich find das große... Der große Vorteil... Vor... Her... Ja... Könnt mich jetzt mal verurteilen... Ich hatte die Crack-Version... Mhm... Ah ja... Wahrscheinlich... Kennt jeder so... Minecraft... War echt nicht schwer... Als Crack-Version zu kriegen... Ja... Das ist total leicht... Aber... Ich werde jetzt... Ich weiß es selber nicht genau... Wie man das macht... Auf jeden Fall... Äh... Immer umsonst... Dazu... Und so... Und so... Es ist einfach viel cooler... Wenn man so... So... Äh... Was war mein Handy... Wenn man so umsonst... Naja... Wenn es immer so automatisch geht... Früher muss... Konntest du nicht upgraden... Konnte nur 1.1.1.1.0... 1.0.0... Spielen... Und jetzt funktioniert der Multiplayer... Auch mal richtig... Also... In der Crack-Version... Kann ich irgendwie nicht richtig... Multiplayer spielen... Nennt mich ruhig... Nubis... Weil vielleicht kein anderer... Vielleicht schafft ihr das... Ich hab ne Idee... Wo du mal... Weißt was du mal machen kannst... Ne Verbindung zu diesem... Luftpenis... Was ist denn... Hölle... Das denn? Ja... Achso... Penis... Ja... Aber ich finde den... Könntest du mal hinbauen... Da hinten... Oh da... Da steht ein Zombie... Oh... Seht ihr... Da... Wieso geht's zoomen bei dir nicht? Keine Ahnung... Na egal... La la la... Okay... Ich brauche jetzt mal... Wie bis wann willst du die hier eigentlich spielen? Die Welt... La... Weit... Keine Ahnung... Ich... Eigentlich... Ganz ehrlich... Ich hatte mal gesagt bis zum End... Aber... Ganz ehrlich... Ich mag... Ich mag... Das ist halt total demig... Eher so weit... Ja... Keine Ahnung... Ich ziehe... Also wenn ich jetzt 1000 sage... 1004... Aber eigentlich... Ich will jetzt kein Gronkh-Hater sein... Ich gucke selber... Ganz ehrlich... Ganz viel Gronkh... Ja... Äh... Irgendwie... Sind voll... Sind wir dort... Sind die Äh... Oder Amerikaner... Viel krasser... Ich kenne einen... Der hat 124 Folgen... Und ich meine... Der hat ein Palast so groß wie... sich ein Haus so groß wie der ganze Berg da gebaut... In 100 Folgen... Und das ist... Doch... Mehr als Gronkh in 1000 Folgen fast... Aber ich finde den Berghütter echt cool... Gronkh hat ganz schön viel... Ach... Na toll... Jetzt habe ich kein... Oh... Das habe ich natürlich nicht gelacht... Na toll... Nur noch... Eine Leiter zu wenig... Na ne... Es geht so... Na la 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 la... Na la 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 Oh kennt ihr diesen Song? La 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 la... na la 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 la... Thrown Song Vonん... Vielleicht wenn ich irgendwas Fail Mach ich den... Bei jedem... Bescheidenden Teil la 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 la... genau jetzt an wenn ich ihn finde. Egal, ja. Den ganzen Trollsong? Nein, nur so, keine Ahnung, so lang. Nein, ich meine, ich blende ihn, ich cutte ihn mir direkt drauf, wenn ich es schaffe, den zu downloaden. Alter, ist echt lustig, der Trollsong. Nee, oder nee, ich mache das dann die letzten paar Minuten, weil ich nicht ganz genau fest schreibe, wenn unter einer nett beschreibt, der mir es in die Kommentare ist. Ich verstehe nicht ganz so richtig, wie man, wie man Musik beim Windows Movie Maker kürzen kann. Also, dass sie nicht, dass sie nicht bis zum ganz nach Ende, bis ganz zum Ende spät. Ja, okay, ich gucke noch mal kurz auf meinem Handy, wie viel Zeit jetzt schon so, wo ich bin krass, ey. Wir sind eh bald fertig. Oh, 16 Minuten, naja, noch 3, 4 Minuten. Ja, ich, wenn ihr euch wundert, was für ein Handy hat die Züge. Ich meine, doch, hat die, ja, ich meine, ja, die ist. HTC One S. Die ersten Folgen sind immer so totnamenweilig. Aber ich finde, ab jetzt wird es schon halbwegs interessant. Oder, wer hält was von irgendwas? Lala, na toll. Na? Cool, hast du hier gerade genau neben mir drauf. Was ich dumm finde als Let's Player, sich direkt im Dorf neben hin zu cheaten. Das kommt doch unrealistisch, oder? Vor allen Dingen, ich mag irgendwie, ich, ganz ehrlich, ich finde im Dorf, ich finde bei Minecraft, Dörfer sind cool, aber so für ein Let's Play fand ich schon immer, Spieler, die in Dörfern spielen uninteressant. Weiß nicht. Ah, toll. Wie komme ich denn jetzt da runter? Wow, die Aktion war crazy. Egal. Ich baue noch Sand ab und dann würde ich sagen, ich beende die Folge mit... Und der Draw-Song sollte jetzt schon eine Band sein. Ja, okay. Jetzt habe ich es nicht gesagt. Fehlen. Ja, und jetzt wollt ihr gehen. Wenn ich sind. Und jetzt sind wir ruhig. Jetzt sind wir nicht im Traumzeil. Nein, ich bin nicht runter. Ich weiß, ob ich das nicht schaffe. Und jetzt sind wir ruhig jetzt nicht im Traumzeil. Stimmt? Wohl, ich halt dann mal raus. Okay. Ich bin noch da. Das Mikro ist nicht aus. Nein. Er hat mir gerade zugef- Nein. Ob ich das Mikro ausmachen kann, aber nein. Auf irgendeinem. 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 Ich hab ne Idee. Inzwischen schreiben hinter die Videos. HD, okay? Stimmt. Die sind schon lange. Ja. Die muss man nicht dahinter schreiben. Das macht aber alles weiter. Genau. Stimmt. Okay. Ich würde... Warte, ich... Wösch, wösch. Mach ich... Mach ich... Mach ich... Mach ich mal ganz kurz gu... Mach ich mal einen Screen-Shot. Alter. Galt. Deinem. 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 Ich würde sagen... Je буду enden es genau. Ine? Ine? Deinem. Deinem. Oh wow, ich würde esished. So gut, wie weh denn.